Und du hast vorher überhaupt nie geraucht, oder? Nein, also geraucht habe ich wirklich nie. Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass das die nächste große Pandemie ist in Österreich nach Corona. Die anderen Tabak- und Nikotinprodukte haben ein Werbeverbot, haben Produktregulierung, da kann man nicht irgendwas hineintun und dann verkaufen. Noch nie ein Chick angegriffen, aber beim Snooze war voll. V Snyk Brot Vplingen V Vielen Dank.